ich hatte den computer jetzt muss man jetzt ist auch hier die tür jetzt muss man zur küppel dann kriegen wir nämlich jetzt auch dinge auf den den haupt den tunnel unten die frage ist wo geht zur kuppel hier war noch eine tür in den raum welche kuppel meinst du ja die große die unter wasser ist die wir schon mal offen hatten ja wo kommt die denn jetzt hier das ist das science war der hier schon drin oder ging es nicht da 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 kommen noch mehr nebengepatscht wie sieht es mit deinem leben aus dex bei ihm nicht was ist denn das lebenspakete hier müssen wir durch und das sind das platz tun einfach hier auf nee da waren wir grad nee hier muss man durch wo ich lang bin die andere tür dann sind wir nämlich beim dom nach hier gezogen das gematsche vom wassers nervt irgendwie das hat mich schon die kuppel schon aufgekriegt aber danach ist ja nichts mehr passiert dann war es irgendwie ach hier sind diese muskelproben hat er was zu trinken dabei hier fallen lassen sogar saft der gute da geht es um weg lang alles gibt gar nicht zurück doch fallen lassen ja das gibt nicht mehr so viel zurück wie es mal war ich habe gleich ein millimeter vielleicht dazu bekommen wenn überhaupt ja das ist alles ganz schön krass genervt worden finde ich hier können wir ja was sie da habe ich hier runter hier kommen wir jetzt nach draußen es ist hier die kuppel hier unten auf diese kleine wo ich gerade eben davor stand oder vor das was ich mir hatte jetzt ist offen okay abkürzung das war's mehr gibt es doch gibt es wohl es gibt noch einen anderen eingang wo es ist ja gerade hier unten ja der eine an der seite da ja der auf die linken jetzt einfach hier gerade rüber schwimmen da ist aber nicht viel ich kann mal den knopf drücken kannst du weiß nicht wenn es geht also es leuchtet sich voll da war ich ja zuerst drinnen oh diese dreckstür da war ich ja zuerst drinnen aber ja du kannst da nichts machen weil kaputt nichts zu holen außer schuhe ohne sohlen versperrt kommen wir nicht rein vielleicht müssen wir noch irgendwas machen um reinzukommen also runter wieder raus aus dem wasser keine lust mehr auf den scheiß hier weg spinne wasser furz aber wir haben wenigstens schon mal die quest geschafft boah ist das nebelig gerade hallo 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 ich bin's ich bin's ich bin's Max und Willow und dann darf man aus dem und dann haben die das so echt hart so angezogen mit dem Durst und Hunger und kracht oder das macht halt schon fast keinen Spaß mehr ja das nervt total ich mag ich mag spiele nicht deswegen habe ich ja auch zum beispiel ich fand das spiel scum so cool aber ich habe keine lust jede fünf minuten irgendwie immer auf die tasten zu drücken fünf minuten zwei minuten weil man was essen muss hm hm wieso wird mir hier unten ne Tasche angezeigt hm ja von mir könntest du halt mir nochmal schlafen die ist ja zweimal schlafen ja aber warum wird die mir angezeigt die sind ja jeden angezeigt oder nicht ne ich habe eure davor auch nicht gesehen nicht? ne ich sehe beide ich habe alle gesehen auch die vom stone könnt ihr zuhause äh könnt ihr da schlafen wo ihr seid äh ja gleich ich sammle gerade hier den Loot hier ein hm ne gibt's das zu saufen ich bin natürlich zuhause erstmal hier Tür zu machen ja drei Stück von den Dingern haben wir noch gebaut aber die werden nicht reichen an Wasserquelle wieso Wasser schöpfen? du sollst kein Wasser schöpfen äh ich geh mal hinlegen schlafen ich wollte gar nicht ich wollte das du denkst ich könnt schlafen gehen wir warten alle nur auf sie bin sofort da wir haben gerade nur Wasser aufgesammelt ready du knurrst mich ja ok da ging es so rum ich wollte noch weiter da unten rumfummeln hm ja ob hier noch irgendwelche Ressourcen sind oder sonstiges da ist nichts weiter da ist nichts weiter da ist nichts weiter hier liegt aber wie auch was wie reiß ich nochmal Sachen ab? oder so glaube ich muss wir den Hammer haben? ne mit x gedrückt halten niederverwerten niederverwerten heißt das denn ja aber ich kann das nicht warum nicht? wir haben aber auch keine weitere Quest also vermutlich ist das noch nicht wirklich verfügbar das Ding da unten ich denk mal die kommt später die muss ja jetzt nicht sofort kommen denk ich mir mal ja wie gesagt wir haben keine Quest dafür also vermute ich halt mal das ist einfach noch nicht verfügbar dass die gesagt haben da wo wir den Dings gemacht haben die ganze Unterwasser Labor da da war es ja auch noch nicht fertig hm 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 이게 Já ja aber ich finde hier auch nichts anderes ok ich hab dann raus okay das brauchen wir eigentlich für die ganzen also eicheln und grubes seil ist sogar noch ein eingang unter wasser und da ist auch nur eine verschlossene tür ja das wird halt noch nicht verfügbar sein einfach nicht auf den sack spinnen ich will doch bloß ein bisschen eingefahren weil das kann man essen schreckliche viecher ich finde die auch total total penetrant die kommen mir die nerven ein aber ohne ende ich bringe mal ganz viele eigen mit so schlecht sind die gar nicht von dem was sie am hunger wieder aufhören und das kannst du besser farben als zum beispiel pilze was darf ich schon wieder guten abend danke dir guten abend status herstellen herstellen da so wenig davon wenig wenig davon ist ja besser wenig das system ist gut dass man jetzt nicht mehr in die kisten das alles raus sehen muss ins inventar aber man kann aber noch nicht zu zweit auf kisten zugreifen ich stehe ich mache das gerade ich schiebe hier alles aus dem inventar aus die ganze zeit ist einfach so angeboren beim spiel hier gehen wir an die kiste da sind schon welche drin ich muss kurz rein sortieren ganze algen nehmen die ganze essen achso die habe ich schon gehabt habe ich auch aber alles schon weg die lohnen sich sogar mehr als dings pilze du musst die hölzer holen ich habe nur grobe seile und sowas dabei ja auch nichts mehr alles alles aufgebraucht ok ok ich gehe mal den helm hier ausziehen und auch mal komplett weg tun weil den brauchen wir erst mal gerade gar nicht ich muss jetzt sagen diese unter wasser welt hier im spiel ist super unangenehm also mega erdrückend also das feeling ist super gut gemacht leute das ist das was ich meine will ich will ich damit sagen nicht dass es schlecht gemacht ist es einfach zu gut so erdrückend fast total verfasst total unangenehm total unangenehm die rex da guten abend hatten wir hier nicht im wasserbehälter auffang behälter nö doch direkt am haus da muss das wasser einzeln behalten ist das auch keine gute lösung will ich das noch weg hatte ich die eigentlich getränke wiedergegeben ja mein behälter keine bewältigt habe ich das hier noch mal vor guten abend dextro 23 ich habe ja gedrückt und habe einen hammer geschmissen jetzt habe ich einmal angefangen schokolade zu essen jetzt geht es wieder weiter sind wir nur 300 gramm wir haben jetzt noch mal wieder so ein schönes großes ei geholt ich finde ich nur bei mir schokolade ja die muss die muss schon für mich voll ja wir brauchen ein bombardierpaar Käfer wieder für die Axt zu reparieren ich wollte meine rüstung reparieren gereicht das so ja kann jemand von euch dieses group west herstellen wenn die kannst du das was für ein ding äh g r u b diese quest die wir haben group west hast du es auf englisch ja ja keine ahnung was du laberst dann gucken wir was du für quest hast zum herstellen du laberbaba warten wirst du ja ja das heißt irgendwie group her ja ich komme wieso wir herstellen ach was ist da perfekt was macht die eigentlich ahnung ausdauer 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 schließende markierung bei rechenstein stein 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 anhö was denn also warum nicht warum weißt du nichts junge man warum warum nichts wissen schon wieder ich mach grad ein bisschen ich räum grad mein inventar auf und zack sieht das inventar wieder nach etwas aus ja das inventar räumst du auf die kisten sind auf wieder wie ungeordnet ne ich hab nichts damit zu tun gehabt ne 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 eine stein 거기 ist was hier ich muss das nämlich schon wieder so probieren ich habe hier Ich hab ganz leid laufen. Das Geräusch. Nein! Nicht ins Wasser! Kommt wieder zurück! Kommt da raus aus dem Wasser. Ist auch schade, dass es da immer noch keinen richtigen Weg gibt, das wieder rauszuholen. Bauen. Oh, dann gibt's einen Pfeil. Ähm, was war das? Was war what? Julia! Guten Abend! Ich glaub, du hast Probleme mit seinem Sound, glaub ich. Kann das sein? Ja, hier grad ein riesen Viech an Schreien. Ich hab hier nichts. Ich hab hier nichts. Der Bay ist direkt im Text. Ich logge mich außen ein, das geht nicht weiter. Das geht so nicht weiter. So kann ich nicht spielen. Schokojunkie, niemals! Das ist eine gelügte Lüge. Tastes good! Hier gibt's irgendwo eine Quest. Ähm, Punkte-Dings. Wo ist denn der Grave wieder? Wo sind denn unsere Lakaien, wenn wir sie immer brauchen? Einer muss doch hier das ganze Zeug an Land holen. Das können wir doch nicht alleine machen. Wie sollen wir denn hier noch die Schokolade essen im Stream? Vor allen Dingen bauen wir jetzt so eine riesengroße Pilz-Plantage. Aber wir können auch andere Sachen anbauen, ne? Ja, ja. Können wir denn auch? Aber Pilze ist, glaub ich, das einzige, was du essen kannst. Um anbauen. Ah, ich wollte jetzt grad fragen, kann man nicht den Schwamm anbauen? Kannst du's probieren? Müsste ich mal testen. Kommt halt drauf an, wie viele rauskriegst, ne? Wenn du da auch bloß eins rauskriegst, dann lohnt sich das Anbauen halt nicht so wirklich. Jaaa, ui. Jaaa. Bei Pilzen ist ja wenigstens, dass du Pflanzeine ankriegst, vier raus. Oh, Spinikowski ist grad bei mir hier. Warte, was fighten kommt? Da hat das wieder nur ein. Biene. Hallo, Biene, geht auf die Blume. Hallo, Biene. Hallo, Biene, kommst du runter? Geh weg von meinem Turm, sonst kriegst du so einen mit dem Armbrüstchen. Der Grave weiß Bescheid, ja, dass wir spielen. Ist ja jetzt, ist ja jetzt schon fix, bleibt jetzt fix, dass der jeder, jeder Freitag jetzt grounded gespielt wird. Bis wir die ganzen Updates und alles wieder durch haben. Bis wir die Schnauze voll. Achso, ich wollte mal hier die... Ich muss dafür einen, einen Schwamm haben, ne? Um den da rein zu quatschen, oder? Mh, ja. Ich check das mal out. Ey, in unserer alten Base ist ein Hotdog. Ui, dann nimm mal was mit. Hotdog, cool. So, ich guck mal. Ich guck... oh, geht nicht. Schade. Oh, wow. Den ganzen Hotdog, was kriegst du, zwei Stück. Ey, das ist... Ja, ja. Ja, ja. Das sagt man dann. Das ist... Er hat schon alles aufgegessen. Ich wollte grad sagen, hat er selber... Ich hab wirklich nur... Ich hab... ich ess die ganze Zeit Algen. Ich bin Vegetarier, also. Und Vegetarier. Ne, ich hab wirklich nur zwei Stück aus dem Hotdog gehabt. Achso, ich brauch Dings. Ähm. Hopp. Ich bräuch' da. Was ist eigentlich hier? Diese ganz komische Spinnenhülle, ganz am Anfang. Wo wär das? Könnt ihr euch noch unter diesem einen Holzbrett? In der Nähe von unserer ersten... Achso. Ja, da ist doch nur... Äh... Ein bisschen Nist drin für ne... Ein bisschen Spinnen. Ja. Wahr. Du weißt nicht, ob sie's geändert haben. Bei einer Map haben sie nicht großartig was hinzugefügt. Das ist immer noch das gleiche. Dann, äh... Schau doch mal rein. War ich grad, aber ich hab keine Fackel. Ähm. Ich seh halt... Wirklich gar nichts. Und das können wir auch zusammen machen. Ja, können wir gleich... Wir können gleich mal nochmal... Ich... Weil mit meiner Armeisenrüstung würde ich jetzt nicht gerne kommen. Äh... Das ist dieses Jahr nur zum Arbeiten da. Ich... Also... Was wir auf jeden Fall brauchen, sind wieder Bombardierkäfer, die wir töten müssen. Weil... Die sind auch so... Die brauchen aber nur... Also ich brauch ganz besonders ne richtige Rüstung. Ich hab ja nix zum Kämpfen. Ich hab ja nur was zum Arbeiten hier. Äh... Macht ihr die Ladybug? Müsste ich ja machen, ja. Auf jeden Fall. Aber wir brauchen Bombardierkäfer, weil... Äh... Axt. Die Stufe 2 Axt. Ich kann die zum Beispiel nicht mal mehr reparieren. Okay. Wie kann man die Russekäfer jetzt eigentlich füllen? Ja, ein Zähm würde ich gerne auch mal machen. Das, äh... Wovor wir das... Aber wie geht das? Keine Ahnung. Müssen wir mal rausfinden. Einfach mal was, äh... Vielleicht Nektar oder sowas vielleicht. Äh... Starfunk 23 ist so ne Zahl, das ist meine Lieblingszahl. Die hat mich immer überall in alle Richtungen mit verfolgt. Und deswegen ist das meine Lieblingszahl geworden. Aber die hab ich schon seit Ewigkeiten. Ich glaub mein erster Spielcharakter auf dem... Wo man... Wo man schon Namen eingeben konnte. Und das war jetzt damals schon auf dem... Was haben wir denn da gespielt? Beim Amiga, bei irgendwelchen Games oder sowas. Hatte ich immer, immer irgendwie Dextro 23. Den Namen hab ich schon zu Ewigkeiten. Nie... Nie geändert. Und ich wollte auch zum Beispiel nicht bei... Ähm... Hat ja zum Beispiel bei World of Warcraft hat man ja die Namenssicherung gemacht. Damit man... Damit kein anderer deinen Namen wegnimmt. Ähm... Meiner hieß immer Dextro 23, nicht Dextro. Sondern Dextro 23. Das war wichtig, dass die 23 mitkommt. Die ist ja auch das Hauptzeichen des Logos. Maul, you spinne! Sonst komm ich rüber und gibt's eins auf dem Senkel. Wenn ich ehrlich bin, hab ich sogar die... äh... Dextro... äh... Charakter erstellt bei WoW. Um meinen Namen dann zu sichern. Aber gespielt hab ich mir dann, wenn er mit... Ne, Dextro 23 gab's ja auch gar nicht bei WoW. Äh... Man durfte ja keine Zahlen nutzen. Man dür... dürfte das ja gar nicht. Food. Food. Das lustige Weise war dann... hab ich aber auch schon... schon ein paar Mal erzählt, äh... Die 23 war damals mein Bus zur Schule. Mein... äh... Die 23 ist meine Lieblingsnummer. 23 war Michael Jordan, äh... bei Chicago Bulls. Mein Lieblings Basketballspieler. Ich hab ja Basketball gespielt. Äh... die 23... Boah, was war denn noch? Roberto! 21 Jahre alt, bist du alt? Ich hab nur 23... Du oder ich. Haaa! Da ladet es zusammen! Was heißt überhaupt Raka auf... Deutsch? Ja, was? Bitte? Ja, den Marker, den wir setzen müssen, was das auf Deutsch heißt. Fake. Hake oder irgendwas. Ich hab's nicht verstanden. Ach, den! Gut, ey. Deutsch lesen ist auch nicht so meine... Der Rechen! Die Hake! Ja, dann ist es die Hake nach unten. Warte, dann geh ich da kurz hin. Was gab's da? Den Marker, jetzt. Markieren. Markieren für Punkte. Ja. Sorry, eben. Vielleicht bei unserer Base was trinken gehen. Ich geh mal kurz zum... Bot. Mal gucken, ob der hat. Vielleicht nur was Neues nochmal hat oder... Oh oh. Irgendwas Neues zum Craften oder so kaufen. Ja, spätestens wenn ich da bin, kann ich... Jetzt haben wir zwei Quests weg, dann kannst du wieder zwei neu annehmen. Erstmal gucken, ob er das da hat. Erstmal gucken, ob er das da hat. Erstmal, wenn ich... Abgegeben hab. Ich hab auch noch Fende den vom... Fende den Bürgership... Versuch, na Schatz. Na Schatz. Danke, Sascha. Das heißt, wir müssen unter Wasser irgendwo noch suchen. Ah, du hast... E... 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 ARD Du hast mit dem Roboter, oder? Ja. Ich wollt grad sagen... Warum redet der jetzt gerade hier... Fil caregiver? Warum redet er mit zu selber? Ja, noch ne Quest könnte wir annehmen. Na toll. Das ist wieder eine Markierungsquest. Sprühflaschen. Bei der... Äh, ja. Farbdose. Mhm. Okay, da weiß ich auch wo der ist. Oh. mmm... Du kommst, du kommst, du kommst Ach du heilige... Was ist denn? Komm bei dir, Kieber Oh, die sind stark Oh, ähm... Das würde ich sogar gern kaufen Fortgeschrittene Produktionsgebäude Aha, okay, wie viele Punkte brauchst du dafür? Hochriergerät, Schmelzofen, Pilz, Brei und Pflanzenbrei kostet 5700... 4.000, wir haben 5700 Oh, das brauchst du sogar Da werden zwei Sachen als Käferleckerli markiert Ah, okay, dann wäre das das Zehnfutter, ja Gekauft Saubär Ja, das ist dann wahrscheinlich das Zehnfutter und dann können wir jetzt Käferchen ins Zehn Püriergerät Aber der Schmelzofen klang interessant Pilzbrei Okay Ich vermute mal, der Pilz beiß für die Viecher Dann Ich muss jetzt arbeiten, dann darf ich das Wasser trinken Pflanzenfrei, okay Ich bin am 23., genau, am 23.06. geboren Das gehört auch noch dazu, genau so war das Ja, ja, ja Da war ja noch was Schöpfen Okay, gehe ich mal gucken, was man so bauen kann Jetzt Pilzbrei, okay Kann ich das herstellen, dafür brauchen wir Pilz Also, okay, Pilze Äh, Pilz, Pilz, Pilz Also, Pilzstücke, Pilzbrocken, okay Die haben wir hier vorne, ja Die haben wir hier vorne um die Ecke Wo kann man denn nochmal die Nicht das Rüstung Ach da, okay Was war das, was wir bekommen haben? Püriergerät Püriergerät Schmelzofen Brauchen wir Krähen Federn Eichenschalen Blütenblätter habe ich gerade mitgebracht Und Bombardierkäfer ganz viele Dann Schmelzofen Ton Dauerbrennender Holzkohlebrocken What? Woher kriege ich den Quatsch? Okay Was gab's noch? Äh, ich glaube das andere waren eher Rezepte Zum Herstellen Aus dem Püriergerät oder so Was ist eigentlich mit der Lockfalle? Wofür ist die eigentlich wichtig gewesen? Da wird kann man ja die ganzen Tiere andocken Aber Sinn? Hat nicht Hm Hier Dauerbrennender Holzkohlebrocken Kriegst du aus? Keine Information Hat jemand eine Ahnung? Könnt das Spiel über das Spiel? Wofür muss schon rausfinden Wofür muss schon rausfinden Ja Ich mach mal eine Rüstung Äh, was war eine gute Rüstung zum Kämpfen? Marienkäfer Ja Naja, zum Kämpfen Und was war die Babinen-Dings da? Eine furchterregende Musst du gucken, steht doch immer da was du kriegst Sprinten Was? Wieso bin ich jetzt gestorben? Ich bin aus Schnelligkeit Koi ist Verteidigung mit perfekten Block Marienkäfer Ist glaube ich auch nur Verteidigung und Blockstärke Das ist aber okay Ja So eine richtige Kampf-Dings gibt es nicht Gibt halt Aber ich habe jetzt eine Das ist mal das gute Block und sowas nur Jetzt habe ich erstmal einen Marienkäfer Dann kann ich mich wenigstens mal Auch mal in eine Höhle trauen Und dann mal ein bisschen fighten So ist das Okay, bin zufrieden Ich habe keine Ahnung, wo die ganze Quatsch manchmal rein soll Die Lokfalle kannst du aufstellen Ja, okay, das stimmt auch Ja Also, dass die ganzen Tiere in der Nähe dorthin gelockt werden, das weiß ich Aber den Sinn habe ich jetzt gerade irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt Aber die Idee dafür ist, dass man alle Tiere dann killt, die dann da sind Da kann man nämlich dann auch eine große Sammlung machen von Von Tieren, die man abmokst, wenn man wieder was braucht Sammlung Let'sate Um Bis zum nächsten Mal.